Achtung, Achtung! Diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Wir waren beide ziemlich müde und wir waren beide ziemlich gestresst und ja, mit den Nerven am Ende, weil wir sehr viele Punkte noch im Voraus holen mussten. Ihr könnt es euch trotzdem gerne anschauen. Ich will es euch nicht vorenthalten, damit ihr natürlich auch die Level seht. Und wenn ihr bis zum Ende drin bleibt, dann gibt es auch noch mal was zum Lachen. Ja, auch nicht. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sackboy, der Doofkopf und das Häschen. Ja, oh nein. Ich bin leid, den ich mir quieken. Wir schalten das jetzt frei. Ei, 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 ei. Aua, das war so laut. Ich fahre jetzt mit dem Fahrsch... Oh, geht noch gar nicht. Das ist unfair. Warum? Haha. Ich glaube, ich bleibe das Häschen. Ich bleibe auf dem. Ach, das habe ich mir nicht selber gemacht. Weil der kann fliegen und du kannst nicht fliegen. Doch, warte mal. Das heißt, so hässlich, das kannst du nur selber gemacht haben. Ich bleibe das Häschen. Das ist so süß. Hier, wir billigen solches Verhalten zwar nicht, aber während du in dieser, was weiß ich was, Phase bist, kannst du deine Freunde schlagen, stand da drin. Aha. Mhm. Jetzt geht es auf unser Nervensystem. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich überhaupt springe oder irgendwas tue. Also, das wird jetzt ganz lustig. Hiermit springe ich. Okay. Die anderen Sachen kann ich aber alle. Oh, yeah. 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 Wieso bin ich jetzt tot? Welcher Idiot? Wer? Ja, komm hier rüber. Was hast du denn jetzt gemacht? Doppel A drücken. Aua, du kannst doch schießen. Ach so, wir können, äh, okay. Fliegen. Kann ich das nicht machen? Ja, aber verkehrt rum, von da. Dann mache ich einfach nur das hier unten. Hallo. Hi. Oh. Nein. Tschüss. Ich gehe dann schon mal. Ja, wegen dir bin ich gestorben. Ja, ja, wieder wegen mir. Das kenne ich. Ich bin immer alles schuld. Sicher? Ja, guck mal, Schatz, da oben. Guck mal, ich kann fliegen. Guck mal, ich kann fliegen und läuft hinter mir, weißt du? Dies hier ist das Bellatorium Weltraumfahrer. Mit einem fantastischen Ausbring auf den kunstvollen Kosmos. Ich hoffe, der Aufenthalt war angenehm. Und bitte nochmals, um deinen technischen Problemen zu beschuldigen. Du suchst nach Vex, meinen neuen Meister. Bote des Chaos. Herrscher des Aufruhrs. Er entzieht gerade den Sternen ihr Licht. Sieh, wie sie schwinden, einer nach dem anderen. Bitte dich bewegen, während ich dich auslösche. Vielen Dank für die Konkommission. Und der Lars steht einfach da. Oho, da bleibe ich stehen. Nein, nicht so böse. Oh. Oh. Nein, mach's mir nicht kaputt. Hier, drauf gehen, schnell. Ja, du hast mich getötet. Hallo? Ich bin auch ein Storben, aber wir haben ein Teil geschafft. Ich hab's nur nicht gerafft. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, dieser Idiot, der nimmt das immer weg. Nein, ich mach gar nichts. Nein. Du läufst ja auch gar nicht mit dem Ding gerade in die falsche Richtung. Und was müssen wir jetzt machen? Ich muss was eingeben hier. Ich geb mal was ein. Gameplayerin ist doof. Das will er nicht. Der will das nicht nehmen. Warum nicht? Kann ich hier spielen an der Wand? Nein, du musst zurück mit dem Ding fahren. Wir können auch schießen. Guck mal, wenn ich wieder nicht wär, ne? Ja, wir müssen diesen komischen Fratze abschießen. Da kommen wir nicht hin. Nein, don't. Ah, au. Ich bin tot. Oh. Du krezt mich nicht. Was? Apple-Modus? End-Modus, oder? End-Modus. Nein. Jetzt mach. Juhu. Wow. Ich bin so schlecht. Aber du bist noch schlechter. Ja, weil ich das alles alleine mache, oder was? Aua. Nee, nee, nee. Was warst du? Sag das doch. Nein, in dem Moment musst du mir natürlich runterfallen. Oh, Mann. Oh. Was? Admin-Modus? Okay. Ja, ich verstehe mal Apple-Modus. Ich weiß auch nicht. Nein. Jetzt mach das doch mal zu Ende. Ja, das geht nicht. Kann man sagen, du musst dich werfen vielleicht. Ja, denke ich auch. Aua. Oh, das war scheiße. So sind wir aber nicht genug. Das war Punkt, Punkt. Ach so, wir müssen wieder rüber machen. Damit das... Ach so, ach so, nee, warte mal. Doch. Ich muss das hin und her und du schießt. Aua. Ja, schießt. Ja, dann mach das doch mal vernünftig hin und her. Ja, danke. Ich bin erst mal vernünftig hin und her tot. Aua. Jetzt. Warum geht das von der Mitte aus? Ich komme da nicht hin. Jetzt. Nee. Irgendeine Arme noch vergessen. Und? Da. Oh. Da. Haben wir alle? Ja. Wollen lassen. Ja, aber Sackboy. Bitte nicht Sackhäschen. Oh, oh. Was denn? Hehehe. Kriegen wir noch eine Runde? Ich meinte jetzt ohne die. Vielleicht müssen wir auch irgendwas machen hier. Müsst mir irgendwie auch was machen. Ich denke nicht. Ah, jetzt kommt was, oder? Das ist aber immer das gleiche. Das ist sowas wie die Endphase oder sowas. Ja, doch. Du musst auf die Diggas schießen. Ja, ich habe es gemerkt. Oh. Ich habe es ja auch gemacht. Und auf das rote Auge habe ich eben geschossen. Aua. Oh. Erfolg freigeschalten. Absturz, Unterbrückung. Absurds, Unterbrückung haben wir freigeschaltet. Ah, schon besser. Danke für die Hilfe mit meinem Code, Weltraumfahrer. Ich meine, was war das denn bitte? Vollkommen verrückt, oder? Ich sollte wohl mit den Reparaturen anfangen. Das wird richtig viel Arbeit. Also, viel Glück und ich hoffe, du wirst in einem Laserhagel zerfetzt. Ja, aber die Miss Pig... Die Miss Piggy Drachenzahn hat ja gar nichts gemacht in dem Ganzen. Ihr habt euch überhaupt nicht... Im Gegensatz zu dir habe ich hier die ganze Arbeit gemacht. Hast du da irgendeine Störung, dass du da immer oben irgendwo rauskommst? Ja. Guck mal, was für ein absolut spaciges Bild das ist. Naja, das ist nicht spacig, das ist unter Druck. Du bist unter Droge. Das ist für ein komisches Geräusch dabei noch. Sieh sich einer den einfältigen Sack auf Beinen an. Verloren und verwirrt. Vielleicht sagen die ja die gestohlenen Pläne, was jetzt zu tun ist. Du weißt schon, die Pläne, die ich versehentlich verloren habe, die dich hierher geführt haben? Ich brauchte eine reine Seele, weißt du? Jemanden, der all die Träumerkugeln sammeln kann. Denn nur damit bringt man den auf den Kopfsteller zum Laufen. Du hast so viel durchgemacht. Und am Ende bist du nur eine bessere Zündkerze. Oh nein. Das ist wie bei Sailor Moon. Die kunstvolle Welt ist jetzt ein Land des Aufruhrs. Jede Angst, jeder Albtraum wird Wirklichkeit. Oh, das wird ja so ein Spaß. Ich werde all deinen Freunden erzählen, was du getan hast. Das ist meine Schuld. Ich hätte das kommen sehen müssen. Aber wir dürfen nicht in Selbstmitleid zerfließen. Es gibt noch viel zu tun. Vex hat gesagt, er wolle zum Baum der Fantasie. Das heißt, er reist ins Zentrum der kunstvollen Welt. Eine Maschine kann man ja auch wieder abschalten. Und ich kann mich wieder nicht bewegen. Wir haben irgendein Foto bekommen. So in einer singenden Felskugel, oder wie? Nein! Was machst du da? Das war meins. Die Hälfte davon gehörte mir. Und das weißt du ganz genau. Nein, du hast eh mehr als ich. Hab ich nicht. Geh weg. So, nein. Blödes Ding. Was willst du? Geh weg. Nicht hauen. Komm her. Hau die Rakete. Hihihi. So. Ich selber geh auch. Und jetzt. Jetzt habe ich dich erwischt. Oh Gott. Sind wir jetzt da drauf? Ja, auf dem letzten. Ja, du musst noch drücken gehen. Das Zentrum der kunstvollen Welt. Ist das das letzte? Oder? Ne, das ist nur der letzte Bereich. Das meine ich ja, der letzte Bereich, aber. Das haben wir ja schon beim letzten Mal festgestellt. Nein, da geht es doch mal 160. Das stimmt, du lügst doch schon wieder. Dahinten ist noch weiter. Ja, das ist der Endboss. Gibt einen Endboss. Also nehme ich mal an. Das ist hier nicht. Ich bin der Endboss. Danke. Habe ich mir selber gerne genommen, keine Sorge. Ich will da nicht rein. Ich auch nicht. Oh, wir fahren in Lokomotive. Entgleist. Du bist der Endgeist auch öfters. Du bist manchmal Endgeist. Was war das für ein Witz jetzt? Einer für intelligente Leute. Deswegen lachst du nicht. Mhm. Oh, alle schon wieder. Ich bin der Dich. Ich habe es geholt. Ich weiß noch nicht mal, mit welcher Taste. Mit dem vorne, mit dem R, R oben. Kann ich ja nicht testen. Ja, du haust mich ja nur. Ja, du willst testen. Nein, ich will dich erst mal hauen. Wenn du von der Kante fliegst. Dafür, dass ich das die ganze Zeit nicht testen konnte. So. So. Das war der Fall. Ich habe aber R gedrückt. Ich sehe ihn nicht mehr. Dann komm zu mir rüber. Flatterst doch, oder nicht? Nee, ich bin tot. Weil du mal wieder nicht warten konntest. Kann ich ja nicht. So, ich bin schneller. Oh, ich wusste gerade gar nicht mehr, wie man haut. Das war mir klar. Du weißt schon, dass am Rand irgendwelche Sachen kommen gleich, ne? Mit Sicherheit. Oh, nein. Achso, ich stehe noch hier. Sag das doch. Hallo, ich habe das richtig umgedrückt. Oh, Leute. Ja, super, das ist so weiter. Wieso bist du jetzt weitergekommen? Nein, der ganze Ding war die Kugel. Die haben wir jetzt nicht. Deshalb. Ja, hätte ich dich nicht umbringen lassen müssen, blöd Mann. Ja, du. Ich kann ihn nicht wegmachen. Oh, was? Hä, wieso geht das nicht? Aber ich kann nicht schießen. Aua. So, am Hauen bin ich gut. Wieso bist du jetzt gestorben? Ich habe das noch geholt. Ich habe dich mitgenommen. Hallo, ich komme nicht da hoch. Mann, darum spiele ich auch mit dir, ey. Weil ich immer so schön sterbe. Was? Ich habe wieder eine Kugel alleine geholt. Nein, hast du nicht. Ich habe die blaue geholt. Warte mal, hier ist was. Kann ich nicht. Das geht weiter. Du kriegst das nicht mit, ne? Dass das einfach von selber weitergeht. Lass uns mal richtig spielen jetzt wieder hier. Schau mal auf. Oh, wo habe ich die Bombe jetzt her? Weg damit. Scheiße. Ich bin die ganze Zeit mit deinem Spielen. Sag das doch. Mann, warum fängt der denn immer wieder? Das weiß ich auch nicht. Ich wollte das... Hä? Jetzt bin ich schon wieder mit dir am Spielen. Aua. So. Irgendwie haben wir das hinbekommen. Ja, bei mir schlechter hat recht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Nein. Jetzt hör doch mal auf mit dem ranziehen immer. Ich ziehe nicht ran. So. Hast du gut gemacht. Ich vor allen Dingen. Du hast mich doch gerade hier weggezogen. Nein. Wieso springt die nicht, wenn die schon da Schwung holt? Wie kriege ich das wieder weg, Mann? Nein, jetzt will ich das weg. Das ist so doof, um die Dinger wegzuwerfen, ne? Ja. Das ist so nicht wahr. Fang. Was soll die Scheiße jetzt hier? Ich will das nicht. Ich will die Dinger haben. Ich bin schon wieder mit deinen am Spielen, Mann. Ey, das nervt. Ja, toll. Jetzt spiel ich wieder mit deinen. Nimm den blauen. Ja, aber das nützt uns nicht. Die anderen sind weg. Gott sei Dank. Also, ich habe alle, die ich gesehen habe, habe ich eingesammelt. Nein. Schluss. Ach, warte mal. Ja, gut, dass wir das beide nehmen. Ich nehme gar nichts. Ich bin wie immer nur die Dinger hier am Weg geznauen. Ich habe traurig geguckt. Das war, weil du mich geschlagen hast. Warte mal. Hör doch mal auf. Du hast so einen Arsch. Ich wollte dich drauf haben, wenn ich fotografiert werde. Nein. Nix da. Oh Gott, das haben wir jetzt mega gut. Weil wir das so super gut gemacht haben, machen wir noch eine Folge jetzt. Oh Gott, ein Partnerschaftslevel. Das wäre mir sowas von verkacken. Kann ich mich jetzt endlich mal bewegen. Nein, natürlich klaut der vor meiner Nase extra wieder alle Sachen. Jetzt habe ich dich zwar einmal erwischt. Ich weiß echt nicht, warum ich immer alles halbe, halbe mit dir machen will. Oh, halbe, halbe. Ja, im Gegensatz zu dir, der immer alles alleine will. Ja, dir kriege ich nie was ab. Komisch, dass du auch so viel mehr Punkte hast. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Nein, überwachen. Du hast nur wesentlich mehr Kostüme. Das liegt natürlich nicht daran, dass du mehr Punkte hast. Okay, guck's halt. Ich glaube, da noch was ist. Oh, scheiße, das geht auf Zeit. Wieso kriege ich das nicht? Wer macht so drückt, doch mal. Ach so, ich muss auch drücken. Super, danke. Wenn du das schon so spät anfängst, dann reicht es eben nicht. Ja, du musst drücken. Warum hast du da nicht gedrückt? Weil ich nicht mehr konnte. Ich habe oben schon gedrückt. Ja, aber viel zu spät. Dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das aufgeht. Aber das geht halt nur auf, wenn du drückst. Na. Ich mag das sagen, aber hier muss ich nicht drücken. Oh, was ist das so eine Scheiße? Oh, lass los, Mann. Ich kann nicht mehr drücken. Was ist das? Wieso geht das nicht? Mach auf, mach auf. Ja, es geht nicht. Dann bin ich jetzt tot. Keine Ahnung. Ich kann da nichts dran machen an dem Ding. Mit rechts unten musst du ziehen. Mann, ging aber nicht. Komisch, bei mir ging's. Ja, dann musst du auf die Seite gehen. Kann ich nicht. Nur auch wenn du nicht als erster da reingehst. Kann ich nicht, ich bin links. Ja, ich kann nichts machen hier. Keine der Knöpfe geht. Rechts unten drücken und ziehen. Es geht nicht. Das hat mich jetzt erledigt. Also die müssten wir dann theoretisch noch kaputt machen. Und es ist nicht rechts unten, es ist A. Wie A. Oh, kalt, das hast du. Jetzt roll, Mann. Nee, ganz normal rechts unten. Also R2. Nee. Hallo. Mann, was macht der denn jetzt? Nein. Nein. Nein, sie hat das keine nicht. Nein, sie hat das keine nicht. Komm, lass uns doch mal sterben. Das ist scheiße so, ohne das Ding. Kriegen wir die Kugel nicht. Du musst nach vorne kommen, ein bisschen. Wenn ich da hoch springe und sie in der Luft hängt und wie blöde das steht, aber nicht dahin springt, dann springt sie nicht dahin, wie man ja gesehen hat. Ja, aber du warst dahinter, das war das Problem. Nee, ich stand daneben. Deswegen hang ich da ja die ganze Zeit so dran. Boah, ey. Jetzt. Nur da. Oh. Welche Agro, Leute. Das war aber jetzt eine schwere Geburt. Ja. Wenn man sich auf dich verlässt, ist das klar. Ja, ja. Jetzt bin ich rechts oder was? Ja. Wie ging das nochmal mit Ypsilon? Nein, mit Ypsilon. Ja, mit Ypsilon. Ich habe es gerade. Aber mach schnell frei. Du musst drücken. Du ziehst sie. Oh nein, oben. Andere Seite. Du warst. Wieso laufe ich jetzt hier nicht? Ach so, das ist die andere Farbe. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Ja, okay. Ich habe natürlich das genommen, was als erstes bei mir war. Aber jetzt habe ich es gesehen, weil oben ist bläulich, unten ist dieses gelbliche. Das war jetzt das erste Mal tatsächlich, meinetwegen. Wenigstens weiß ich jetzt wieder, wie man runterspringt. Ja, wobei, wenn wir das schneller gehabt hätten, wäre es natürlich auch einfacher gewesen, ne? Boah, wieso läuft die nicht? Du musst runtergehen. Schnell. Boah, ich bin... Boah. Du sagst immer, ich muss die Dinger holen. Ja, aber das hättest du doch irgendwo machen können. Jetzt bin ich tot. Nee, ich bin tot. Na. Weil ich es nicht mehr machen konnte. Ja, du musstest nur runterspringen. Mann, es ging nicht mehr, weil das Ding schon da war. Du musst dich die Dinger einsammeln, die kannst du das nach einsammeln. Ja, das wollte nicht konzentrieren. Mhm. Ich glaube, springen ist auch schneller. Anstatt da zu laufen, weil das ist total nervig, da zu laufen. Oh, wie lang ist das? Boah. Schnell, 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 zieh das rechts, das ist egal. Ja, ich bin doch schon dabei. Oh. Ja, danke. Oh Gott. Das ist ein Kackspiel. Und jetzt? Oh. Oh, hier ist ein... hier ist Dings. Mach schnell. Äh, nein, rüber, du musst rüber. Kann ich nicht, du musst... ach so. Nee, nee. Hä? Du musstest oben... hast du den gedrückt? Den hatte ich gedrückt, ja. Und dann geht der auf der anderen Seite auf. Das ist klar, aber wieso stehe ich jetzt bei dir nicht? Ich musste auf die andere Seite rüber, das war das Problem. Und ich konnte nicht rüber, weil das Teil sich nicht gedreht hat. Ja, aber ich habe den einzigen, den ich machen konnte, mich gedrückt. Also weggezogen. Och ja. Hier, da muss ich rüber. Oh, das ist jetzt wieder das Einzige, was ich wegmachen kann. Ja, aber das... nein, du musst das gar nicht machen, du musst da hinten hin. Ja, aber so nicht. Du musst das Ding, da siehst du auch da oben die Farbe. Okay, das bringt dir jetzt noch nichts. Nein, den Schalter hätte zu drücken müssen oben. Du bist tot. Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah. Doch. Grillt sie, grillt sie. Hallo? Gegrillter Hase oder was? Ja. Mit Teufelszähnen. Ne, mit Drachenzähnen. Oh, das war scheiße. Von mir. Von dir, ja? So, jetzt geh rüber, 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 schnell. Ja. Achso, und jetzt kann ich das machen, ich kann das machen. Mach schnell. Mach selber schnell. Habe ich ja schon. Schnell. Irgendwas blaues habe ich gemacht. Nein, du musst runter, du musst runter. Oha, nein, du musst runter. Jetzt kann ich runter. Jetzt musst du runter, ich kann nichts mehr machen. Nimm beide runter. Hä, was, oh, du hast da, was geht, na, ich nicht. Oh, beil dich. Beil du dich, schnell. Andere Seite. Scheiße, Mann. Du auch. Meine Güte. Meine Scheiße, ich muss hier raus. Nein, ich will nicht Mitte durchm Rohr. Achso. Du bist es schuld. Du. Guck mal, wie geil das aussieht. Wieso habe ich den Pokal nicht in der Hand? Weil ich den habe. Ne, ne, den habe ich gerade gehabt. Wir haben ein Ding nicht. Dass wir erstmal damit die Folge beenden. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn der Epi mich weiter verprügelt und ich weiter rollen muss. Das heißt, du verdient. Das heißt, du verdient. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Spring in den Fluss und ertränk dich. Das war doch das mit dem Boot. Nicht, nicht da rein. Warum sage ich nicht? Und sie geht trotzdem rein. Da oben ist was. Ja, ich bin jetzt tot wegen dir. Danke. Achso, ich bin nach unten. Ich lebe mal. Warte mal. Hallo. Ich bin bis nicht tot. Du kannst doch mal ausbringen. Äh. Was ist das denn? Wir haben es nicht gefunden. So gut war das jetzt nicht, ne? Nicht ganz so gut, nee. Nein, nein, nein. Nicht ganz so gut. Wenn du mich sehen würdest, würdest du mich ratlos sehen. Ich mach den Roboter-Dance. Den Roboter-Dance. Und du kannst nichts dagegen tun. Ich bin die Queen. Ich mach es ihm nun. Boah. Boah, guck mal. Guckst du fies. Da ist dein wahres Gesicht, kommt da jetzt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.